Die deutsche Dysfunktionalität löst ja gerade Made in Germany ab. Der Club der klaren Worte ist eine unabhängige und überparteiliche Informationsplattform. Wir werden von keiner Organisation oder Partei finanziert. Ausschließlich unsere Zuschauer und Leser unterstützen unsere Arbeit. Vielen Dank dafür. Guten Tag, mein Name ist Markus Langemann. Ich bin der Herausgeber des Online-Magazins Club der klaren Worte. Nennen Sie das Nachfolgende eine Polemik, nennen Sie es eine Kolumne. Ich nenne es meine Meinung. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber morgens um sieben ist die Welt noch in Ordnung. In meinem Kopf. Wenn ich kurz danach aus Morpheus Armen entlassen wurde, dann brauchte ich in der Vergangenheit zunächst meine Dosis-Infosender zum Kaffee. Schlaf aus, Radio an. Aber das war zu einer anderen Zeitrechnung, lange vor unserer Zeit. Der Phasen-Draschmaschine-Radio habe ich schon lange den Stecker gezogen. Und wie ich hörte, geht es vielen Zeitgenossen in meinem Umfeld ganz ähnlich. Radio höre ich heute eigentlich nur noch an Tankstellen. Als Hintergrundbeschallung, während mich der Kassierer gerade ausraubt. Die Daily-Dissonanz nimmt eigentlich schon beim Verlassen des Hauses weiter ihren Lauf. Gleich im Straßenverkehr wirken die Menschen wirr, seltsam wirr. Geschmeidige Autofahrer werden seltener, Roller, Raser nehmen dafür zu. In meiner Stadt wird dieser E-Müll dann einfach leergefahren und liegen gelassen. Ich steige dann oft mit großem Schritt darüber, falle gleich danach in ein Lastenrad. Ökologisch geduschte Großstädter geben nämlich ziemlich Kette und fahren in diesen Wurkenwannen. Kinder auf Radkappenhöhe zuerst über Kreuzung. Gott sei Dank sitzt manchmal nur ein Hund darin. Dann würde ich sagen, wäre ich kein Hundefreund. In etwa 2,41 Prozent der deutschen Haushalte wurde 22 ein Hund angemeldet. Aber nur in 1,78 Prozent der deutschen Haushalte wurde 22 ein neugeborenes Kind zur Welt gebracht. Aber ich schweife ab. Also trotz Fahrerlaubnis lässt die Kfz-Kompetenz merklich nach. Lenken ist nun komplett entkoppelt vom Denken. Mein Allianz-Vertreter stöhnte vorgestern, die Autounfallmeldungen sind mit Vollgas angestiegen. Fast so rasant wie die Eigenheimversicherung mit Wasser- und Brandschäden. Dem muss ich mal journalistisch nachgehen, denke ich. Noch da sagt er, Zitat, wissen Sie, ich traue mich schon gar nicht mehr, die Angebote rauszuschicken. Die Hausversicherungen sind heute bei über 2.200 Euro, Tendenz steigend. Trauen Sie sich, sage ich ihm, die kommen nämlich immer seltener an. Ja, an zwei Tagen der Woche hat die Post nämlich die Lieferung bereits ganz eingestellt. Der Rest des Zustellen ist eine Frage von Zufällen. Die Lesekompetenz in Afghanistan liegt bei 52 Prozent und entspricht damit in etwa der Lesekompetenz meiner gehetzten Amazon-Boten, die hier im Büro klingeln. Egal, wie so vieles in diesen Tagen in unserem Bürohaus, wichteln wir inzwischen mit verirrten Paketen. So bleiben wir wenigstens im Dialog. Hilfe zur Selbsthilfe. Die deutsche Dysfunktionalität löst ja gerade Made in Germany ab und wir sind live dabei, in allen Gesellschaftsbereichen. Die Insolvenzen steigen, die Zahlen der Messerstecher ebenso, dem Gastgewerbe mangelt es an gutem Personal, der Bundesregierung schon lange. Und kurz vor der Verhentung wagt sich der CEO der deutschen Börse, Dr. Theodor Weimar, aus der Deckung und spricht klare Worte im Bayerischen Hof. Die Regierung glaubt, uns vor allem schützen zu müssen und verdammt, ich will gar nicht geschützt werden von dieser Regierung. Ja, ich muss mir sagen lassen, wo meine Frau und ich investieren dürfen. Und meine Frau, duke Frau, nicht nur gut aussehen, die macht eben auch mal Investments, weil wir das unternehmisch für richtig halten. Und da muss ich irgendwie 40 Seiten ausfüllen und nachweisen und erklärt mir ein Banker, Herr Dr. Weimar, Sie können die Investments machen. Sie haben die Sophistizierung im Investment, Ihre Frau nicht. Das ist doch bekloppt. Leute, das ist doch bekloppt. Willkommen im Club. Die anstehende Fußball-EM ist mir übrigens ziemlich gleichgültig. Ich hörte kürzlich erstaunt, sie findet in Deutschland statt. Hat mir auch der Tankwart gesagt, nachdem dort plötzlich traurige Deutschlandfahnen in Plastikeimern verkauft werden. Die kann man sich hier in Deutschland dann an die Fenster von chinesischen E-Autos klemmen. Schade, mit der Mannschaft kann ich mich nicht identifizieren. Liegt vermutlich weniger an mir als an der Mannschaft. Wir schreiben halt nicht mehr das Jahr 2006. Und dennoch habe ich eine private Fußballwette für Freitag laufen. Ich möchte sehen, wie viele Spieler unserer Mannschaft bei der Nationalhymne textsicher sind. Sie sehen, der misantropische Spiegel ersteigt. Ich bekämpfe ihn privat mit einer Easy-Listening-Playlist. Da bin ich inzwischen bei James Last angekommen. Da gibt es einen schönen Song. Morgens um sieben ist die Welt noch in Ordnung. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Eine Produktion des Club der Klaren Worte 2024 Paul accessories! Musik Musik Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.